Meistens wird das Thema Spenden, wenn es um größere Summen geht, unterschätzt. Und die meisten Menschen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, denken sofort an eine Stiftung, dass sie eine Stiftung gründen müssen. Das ist auch gut, aber das erfordert sehr viel bürokratischen Aufwand, juristische Beratung, die Ausschüttungsmodalitäten aus dem Kapital in einer Stiftung, das ist gar nicht so einfach. Von daher stellt sich immer die Frage, ob es nicht viel sinnvoller ist, zu spenden. Man kann ja das Kapital über mehrere Jahre aufteilen und sich genau überlegen, wen man mit seiner Spende unterstützen möchte. Man kann das auch in bereits bestehende Stiftungen machen, dass das Kapital zugestiftet wird, heißt es dann. Eine Zustiftung, das heißt, man lässt das Kapital den Leuten zukommen, die diesen ganzen Aufwand schon hinter sich haben. Und das ist in meinen Augen immer eine gute Überlegung wert, denn am Ende geht es ja darum, wie erreiche ich mit dem Kapital den besten Zweck. Vielen Dank. Vielen Dank.